Ich heisse Nino und bin bei allen Produkten inklusiv. Das heisst, ich habe den gesamten Produktebereich unter mir, die technische Beratung über alle Produkte, von den Armaturen bis zu den Leitungssystemen, Vorwandinstallationssystemen. Wir gehen direkt zum Kunden. Wir bieten dort noch Schulungen an, über Neuheiten, über neue Produkte, wie man sie effizient bei uns auf der Baustelle einsetzen kann. Oder zum Beispiel Ausmassen machen, von Verteilbatterien, die ausgewechselt werden müssen. Wir sind hier in einem Schuhhaus und ersetzen die alte Verteilbatterie. Wir kontrollieren, ob die Armaturen noch gut sind, ob die auch ersetzt werden müssen, ob die Schieber ersetzt werden. Der Teil läuft überhaupt nicht, der muss sicher auch ersetzt werden. Und wenn das nachher klar ist, beginne ich aufzuzeichen, was ich vorhin gemacht habe, dann beginne ich zu messen. Beginne ich zu messen, beginne zu übernehmen. Mit dieser Zeichnung gehe ich ins Büro. Diese Zeichnung erstelle ich mit diesen Messen und alles und dann gibt es eine Offerte. Wenn wir den Sockei vom Kunden bekommen, wird das bei uns dann produziert und geliefert. Wenn es sich dann werde ich ein bisschen mehr und dann kommt es erstmal zurück. Ich glaube,